ja hallo und herzlich willkommen auf den kanal des seiner friedensforschungsinstituts mein name ist josef mülbar und heute darf ich euch den privatdozenten sozialwissenschaftler autor friedens- und konfliktforscher michael bernd vorstellen er war promotionsstipendent der hans böckler stiftung war wissenschaftlicher mitarbeiter an der uni kassel war 2003 assistenzprofessor im bereich der internationalen beziehung an der rutgers universität in new york newark new jersey er ist mitglied der ag friedensforschung an der uni kassel und auch der der arbeitsgemeinschaft friedens- und konfliktforschung ja michael bernd ich danke ihnen sehr herzlich dass sie sich die zeit genommen haben und dass sie meiner einladung gefolgt sind ja bitte mal gucken was mich erwartet genau beginnen wir mal wie sind sie überhaupt zur friedens- und konfliktforschung gestoßen also hat sie da irgendwas bewegt spezifisch zu studieren und hatten sie akademische vorbilder und wie ja wie war ihr weg bis hin zur friedens- und konfliktforschung und was skizziert ihr forschungsinteresse ja wie war der weg wahrscheinlich war der anfang irgendwann irgendwann nicht mal zu entscheiden den kriegsdienst zu verweigern und zivildienst zu machen das war so ein teil ebenso ende der ende der 70er jahre sicherlich nur ein teil und irgendwann habe ich dann mal angefangen zu studieren allerdings zuerst gar nicht politik wissenschaft sondern lehramt musik und mathematik nur irgendwie war mir mathe irgendwann ein bisschen zu doof weil man da so viele übungsscheine machen musste und da ich auch während meiner zeit der schule immer auch schon schon schülervertretungsarbeit gemacht habe habe ich dann gesagt ach komm dann studierst du eben sozialwissenschaften beziehungsweise damals dieses gesellschaftslehre und gibt das mit dem mathe auf das war auch ganz spannend und irgendwann fragte mich mal der werner ruft bei dem ich viel studiert habe ob ich nicht bei ihm hilfskraft machen würde das fand ich auch ganz fand ich auch ganz spannend und das war sozusagen sicherlich der einstieg weil da bin ich dann in die diversen zirkel reingewandert und fand das ja bin da auch hängen geblieben ja sehr spannend und akademische vorbilder also so welche welche klassiker zum beispiel haben sie besonders gern gelesen oder gab es schon früh eine affinität zu gewissen denkschulen oder war das eher so was unterrichtet wurde naja es war schon sehr es war im rahmen des studiums haben wir dann auch relativ schnell ein marx lesekreis gegründet und haben da versucht uns durch das kapital durchzubeißen sind aber immer noch im ersten band hängen geblieben das war ist sicherlich sozusagen eine denkschule der ich immer noch oder immer jetzt mal zunehmend wieder näher sehr nahe stehe und ansonsten war es eben so werner ruft hat seine einführung in internationalen beziehungen eben ganz stark an eckhardt krippendorf festgemacht und das war sozusagen der 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 punkt internationale beziehung friedensforschung mit der brille eckhardt krippendorff wahrzunehmen sehr korea bevor wir auf die welchen ansatz krippendorf vertrat auf die frage eingehen denn ich bin mir sicher viele haben diesen namen noch nicht vor augen oder oder kennen diesen sozialwissenschaftlern nicht bevor wir aber auf das eingehen vielleicht werner ruft vertritt ja auch eine art der kritischen friedensforschung und ich hatte auch ein sehr spannendes interview mit professor die das eng hast er gilt ja auch als einer der gründerväter dieser kritischen friedensforschung wo kann man diesen unterschied festmachen vielleicht eben zwischen einer sich normalen friedensforschung oder einer angedockten an militärapparate angedockte sicherheitsforschung oder eher einer kritisch orientierten ist es normativ versus deskriptiv oder wie kann man diesen unterschied beschreiben also in welchem feld bewegen wir uns wenn wir reden über kritische friedensforschung naja ich denke man geht müsste da zurückgeben eben an diese an diese diskussion kritische theorie versus ja wie habt ihr gleich hochkammer genannt an anwendungsbezogene theorie werden sozusagen die anwendungsbezogene praxisorientierte man können sie sozusagen eher auch praxisorientiert nennen weil sie sozusagen eher auf direkt umsetzbares gilt wenn sozusagen diese anwendungstheorie die anwendungsorientierte friedensforschung guckt unter den gegebenen bedingungen lösungen zu finden die mit den mit den gegebenen verhältnissen auch irgendwie klarkommen versucht die kritische friedensforschung tatsächlich eher in die ursachen zu gehen oft auch ja die ursachen der probleme wie ukraine zum beispiel weit früher zu suchen als der erste schuss gefallen ist hat allerdings dann oft das problem dass sozusagen die ratschläge die praktisch gegeben werden oft sehr weit reichend und wenig wenig direkt umsetzbar sind aber eben mit dem ansatz zu sagen wenn ich mir sozusagen nicht die vorgeschichte nicht die ursachen nicht dass die tieferen hintergründe angucke dann bleibt alles praktisch hand anwendungsorientierte an der oberfläche hängen und wird sozusagen konflikte immer nur reproduzieren und nie lösen das ist denke ich der zentrale unterschied zwischen beiden landen ja und welchen ansatz vertrat krippendorf gehört er in er die richtung kritische friedensforschung und was genau waren seine zentralen thesen also an ecker krippendorf habe ich ja wie vorhin schon gesagt hänge ich ja schon länger dran über werner ruf weil der seine einführung in internationalen beziehungsstaat an etat krippendorf festmachte und da habe ich mich dann auch festgebissen und habe so ein bisschen ja so das ist so ein langer langes hin und her zwischen mir und und ecker krippendorf krippendorf ist ja noch dieses jahr ich weiß gar nicht wann das war 2008 gestorben oder nee später war das ich habe es jetzt aber nicht im kopf der ist jetzt also schon gestorben war sozusagen der linke vertreter in der in der friedens- und konfliktforschung wir hatten irgendwann mal ein treffen es gab mal in der arbeitsgemeinschaft friedens- und konfliktforschung oder gibt es sogar noch in der arbeitsgemeinschaft friedens- und konfliktforschung im arbeitskreis herrschaftskritische friedensforschung und da hatten wir mal nachgucken wann das war auch mit 16 17 rum ein treffen und da war unter anderem da war ecker krippendorf gerade gestorben und da war eckbert jahn der ja auch einer der vertreter der älteren schule ist anwesend und dann kam irgendwie so die diskussion auf waren denn diese alle waren denn das alles linke in den enden der 60er und 70er jahre waren das alles linke die der krippischen friedensforschung und dann hat eckbert jahren so sinngemäß also nicht dass ich darauf genagelt werden kann aber so sinngemäß gesagt wir waren eigentlich alle liberale nur der ecker hat das waren an der arschung und da sollte sozusagen denke ich zeigen dass eckart krippendorf eigentlich immer gegen den strom argumentiert hat was ihm sozusagen ja oft auch ziemlich viel ärger eingehandelt hat wenn man seine biografie sich an guckt und er ist sozusagen auch nicht man kann man kann sozusagen eine große linie feststellen stellt da drin allerdings denke ich mindestens drei mindestens drei unterschiedliche feinlinien fest von seiner arbeit glaube ich wenn wenn heute sich jemand an ecker krippendorf erinnert dann wird ihm wahrscheinlich zunächst staat und krieg die historische logik politischer von krieg ist das ist sozusagen die massive staatspolitik auf die massive herrschaftskritik mit dem das war sozusagen sein letztes größeres direkt politik wissenschaftliches werk danach kam so die phase wo er sich eher damit beschäftigt hat wie klassiker goethe shakespeare mozart auch in der musik wie sozusagen dort krieg und frieden verarbeitet werden würde ich noch mal das war dann wird die letzte phase und davor war eben diese phase staat und krieg mit der starken orientierung auf militärkritik staatskritik gibt ja auch noch so ein bändchen mit militärrituale wo er sozusagen an dem an militärritualen also das ganze aufmarschieren hab acht stehen und diesen ganzen militärzirkus sozusagen auch festmacht dass das sozusagen auch vorstufen von von krieg sind und damit im engen zusammenhang stehen und davor und vor dieser phase hat er im grunde seine politikonomische phase wo er sozusagen ja in der kritik der politischen ökonomie und mittel mittel der kritik der politischen ökonomie versucht der friedens beziehungsweise der kriegsphase zu folgen diese phase diese phase um krippendorff ist finde ich leider ein bisschen untergegangen und die versuche ich im moment der versuche ich im moment er zu folgen ja erstmal bis dahin also der versuche ich zu folgen dieser politik ökonomischen phase um krippendorf weil die meines erstes ach so da kommen wir jetzt wieder zurück zu zu werner ruf und zu bieter seng hast weil diese politik ökonomische bei eckart krippendorf stark historisch materialistisch skizzierte phase in der bundesdeutschen friedensforschung eigentlich nie so richtig fuß gefasst hat also das was sozusagen an aus meiner perspektive was an linker marxistischer politik ökonomischer friedensforschung in der bundesrepublik gemacht wurde war im wesentlichen ideologie kritik da haben sich ganz wenige mal in die körner und die füße sogar fast ein oder nur in ansätzen ab und zu mal welche aber nicht dezidiert in die körner arbeiter der 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 empirischen der zahlen empirischen forschung an der ökonomie festgemacht im wesentlichen ist es meines erachtens ideologie kritik was ja wichtig ist aber eben und sie haben ja einundzwanzig auch darüber geschrieben nämlich der politik ökonomische ansatz der kritischen friedensforschung von krippe hat eckerhard krippendorf in die friedenswarte ist das erschienen genau also sie haben auch eben zu ihm geforscht genau genau und könnte man zum beispiel jetzt da an diesen ansatz hernehmen und politik ökonomie aus dieser perspektive und zum beispiel auf einen konkreten fall jetzt zum beispiel auf die ukraine anwenden und wie würde diese anwendung von einer methode oder von einer theorie dann tatsächlich dann ausschauen auf einen konkreten fall jetzt zum beispiel ukraine was würden wir dann analysieren welche faktoren wären dann wichtig die wir ihnen ins blickfeld bekommen ja da hänge ich jetzt auch die ganze zeit noch dran gute frage gutes stichwort also krippendorf sagt ja im grunde muss ich mir muss ich mir die außenpolitik betreibende gesellschaft und ihre reproduktionsbedingungen angucken um daraus ableiten zu können warum sie wie welche außenpolitik bleibt so das hat mich schon immer gewurmt oder nein das hat mich nicht gewurmt sondern angereizt in meiner dissertation zur bundesdeutschen militärpolitik von 1997 bin ich irgendwie auch ein bisschen im krippendorffchen ansatz gefolgt und bin aber sozusagen bevor die harte arbeit der empirie kam abgebogen auf die ideologie kritische schiene und habe mir nur angeguckt nur in anführungszeichen was ist denn der bundesdeutsche interessendiskurs platterweise formuliert was sind sozusagen die subjektiv die 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 artikulierten subjektiven interessen werden krippendorf auf der anderen seite fragt was sind denn die objektiven interessen einer staatlich verfassten gesellschaft und das hat mich eigentlich immer gewurmt ich habe dann zwischenzeitlich ja auch den schlenker mit meiner habilion ein bisschen gemacht in die ganz andere richtung habe er tatsächlich dezidiert neokramsch ja nicht kritisch konstruktivistisch genau die europäische sicherheitsarchitektur analysiert und es hat mich immer immer noch gewurmt war weil ich weil ich mir dachte manch du hast da in deiner in deiner dis was behauptet was du dann doch gar nicht so gemacht hast so das hat mich dann geführt dazu geführt vor zwei jahren anzufangen diesen ansatz den krippendorf das geziert hat erstmal auf die bundesdeutsche anzuwenden das ding ist jetzt bei einem verlag zur prüfung ob sie das annehmen wird irgendwas wahrscheinlich mit deutschlands objektive interessen im titel haben also für die bundesrepublik das sozusagen zu analysieren und versuchen herauszuarbeiten warum zum beispiel die bundesrepublik in konflikten sich militärisch involviert wo sie doch offensichtlich überhaupt keine interessen hat also mali afghanistan somalia könnte jetzt noch die reihe ein bisschen länger beim kosovo wird es ein bisschen komplizierter oder auch vielleicht einfacher aber man fragt es gibt keine materiellen interessen also es gibt keinen der außenhandel der bundesrepublik zwischen der bundesrepublik und mali oder der ganzen sahel region ist mali nahe es gibt keine bundesdeutschen direkt investitionen aus der sahel in der sahel region und schon erst recht keine direkt investitionen aus der sahel region in der bundesrepublik warum ist dann dann dort diese bundeswehr stationiert und wenn man da jetzt über fünf ecken geht dann kann man feststellen naja problem ist dass unser einer unserer lieblings verbündeter unserer lieblings verbündeten in der sahel region eben massive interessen hat und das geht weit über die des uran in niger hinaus also frankreich ist sozusagen in der sahel region unter anderem mit dem dfafrond massiv präsent so und weil sozusagen die bundesrepublik ein massives interesse an frankreich hat das wäre jetzt meine these aus diesem grund ist eben die bundeswehr sozusagen zur kompensation des außenhandels überschusses den die bundesrepublik mit frankreich erzielt ist die bundeswehr im sahel aktiv das wäre sozusagen hier der schlenker und das kann man anderen punkten festmachen in diesem buch was in arbeit ist habe ich das tatsächlich mal mit diversesten zahlen auseinanders statistiken auch zu gucken ist denn das was der bundesdeutsche außenhandel ist überhaupt also bundesrepublik gilt ja immer als export weltmeister aber ist das sozusagen relevant für die bundesdeutsche ökonomie weil es könnte ja sein theoretisch könnte es ja sein die exportieren zwar allen möglichen käse aber der ist sowieso vollkommen irrelevant für die inner inner bundesrepublikanische ökonomie und diesen von nex zu machen dass da ist das buch büschlein gerade in arbeit so und jetzt kommen wir zur ukraine zurück das hieße natürlich jetzt da hilft es mir wenig wenn ich das nur für die bundesrepublik mache ich müsste mir sozusagen im fall ukraine mal ja im grunde von allen relevanten beteiligten akteuren diese 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 daten zu gemüte führen und zu gucken wie ist denn da sind denn da ökonomische abhängigkeiten wie funktioniert denn wie wie ist sozusagen das brutto inlands produkt russlands und der ukraine wie ist das strukturiert welche 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 zusammenhänge gibt es da in der exportwirtschaft richtung russland ukraine richtung eu wie ist das von der eu her das ist tatsächlich ja ich denke es ist ein bisschen aufwendiger ist es ist sicherlich machbar das wäre sicherlich auch spannend das mal an einer empirischen untersuchung tatsächlich zu machen das problem ist man muss halt irgendwie auch an die daten kommen ich habe mal ein bisschen rumgefriemelt nachdem ich dann meine bundesdeutschen daten zusammen hatte dachte ich jetzt guck einfach doch mal kannst du denn mit findest du denn die daten zum beispiel für frankreich in dieser form du musst ja nicht aufbereiten hauptsache mal zu gucken findest du denn die überhaupt oder findest du sie für großbritannien und da stellt man dann fest dass sowas wie das statistische bundesamt oder so was es dann gibt wo man so viele näherungen genau in dieser form gibt es das natürlich in frankreich und großbritannien nicht das gibt es jeweils anders da sind die arten der publikation unterschiedlich da wäre es sicherlich so ein projekt zu machen mit mehreren leuten die sich die sich auch in den regionalen besonderheiten auskennen weil das ist eigentlich für einen gar nicht machbar wo man dann diese daten herkriegt und ob die auch aufeinander beziehbar sind das ist ja wäre ein größeres projekt und das würde dann womöglich und da kann man jetzt gleich mal die runde könnte man denke ich bezüglich ukraine vielleicht einige oder müsste man einiges rausfinden und man sieht ja jetzt schon ein paar hinweise auf die hinauslaufen könnte auch gerade in der vorgeschichte und die fängt geben an doch vor der krim annexion sondern die fängt geben sozusagen in dieser ganzen zeit an wo aus westlicher seite aus unterschiedlichen gründen immer wieder versucht wird mal von us-seite mal von europäischer seite mal von beiden aus unterschiedlichen gründen versuche die die ukraine aus dem russischen einflussbereich was auch nicht gerade eine super super stellung ist russischer einflussbereich aber sie sozusagen dort raus zu lösen und in der osterweiterung der europäischen beziehungsweise transatlantischen organisationen sie dort mit einzubinden ja das und letztlich könnte man fast sagen das fängt auch schon an ja vielleicht sogar aller spätestens mit dem kosovo krieg nicht wo die westlichen staaten die nato im grunde die bedenken die von russlicher seite aus geäußert wurden einfach hin an weggewichtsstammung sagt dann wir machen es jetzt ja das klingt sehr spannend ich kann dem auch viel abgewinnen die frage die ich mir stelle wo es für mich auch kompliziert wird also wenn wir zum beispiel mit gramm schies hegemonie begriff hergehen und versuchen zu verstehen was meint man eigentlich mit interesse weil sie haben ja auch eingangs erwähnt interesse einer nation oder eines staates das problem ist naja aber diese interessen sind ja eigentlich nur eine hegemonial durchgesetzte interessenslage von gewissen akteuren also eine gewisse ein gewisses kräfteverhältnis vielleicht mit bulanzas gesprochen aber also wessen also die frage die ich mir stelle ist von welchem subjekt reden wir wenn wir von interessen reden wessen interesse die interesse von eliten die breiten bevölkerung oder ist es die schnittmenge von allen unter der haube nation also ja die analytische schwierigkeit frage ich mich also wie wie definiert man interesse ja wobei damit gleich noch mal noch noch eine andere dimension auf die würde ich gerne zuerst eingehen und dann noch mal direkt auf die frage zurück was ich vorhin skizziert habe von wegen man müsste das bezüglich der unterschiedlichen länder mal vertieft untersuchen würde heißen dort sozusagen zunächst erstmal nach objektiven interessen zu suchen und dann müsste man sie übereinkriegen das schließt allerdings erst einmal berücksichtigt erstmal noch gar nicht dass es sozusagen auch subjektive interessen geben kann subjektive interessen klingt jetzt so ein bisschen naja da hat der eine diese mache und der andere jene mache das ist aber gar nicht damit gemeint mit subjektiven interessen ist in dem punkt einfach nur gemeint dass bestimmte sachverhalte als im interesse artikuliert werden so um die politik bezüglich ukraine zu verstehen muss man mal finde ich man muss diese objektive dimensionen in den griff bekommen und man muss allerdings auch die subjektive in den griff bekommen also was wird sozusagen sozusagen am gegenstand ukraine als interesse von wem artikuliert gegebenenfalls noch die frage stellen warum das so artikuliert wird das muss aber erstmal überhaupt noch nichts mit den objektiven interessen zu tun haben hier können sich sozusagen und das war sozusagen mein mein weg über die im rahmen der habilitationsschrift hier wäre bei der bei den subjektiven interessen sozusagen realität konstruiert auf die sich dann wieder bezogen wird von der kann man auch nicht runter die ist sozusagen da also wenn jetzt wenn jetzt die bundesregierung argumentieren würde also wisst ihr was öl ist es egal wir zählen auf den unser interesse besteht im import von gummibärchen würde den das dann abnehmen aber alle sagen natürlich ist das gummibärchen also man kann von dem was sozusagen als subjektives interesse artikuliert wurde auch schlecht wieder runter so das ist das eine und jetzt gehen wir sind wir da hingekommen ja und dann müsste man jetzt sozusagen wenn man mit kramschi rangeht da finde ich habe ein bisschen probleme mit den neokramschianern die sozusagen auf der einen seite sehr stark politökonomisch argumentieren also gerade auch cox und konsorten wenn man dann aber guckt dann verharren sie doch meistens auch wieder auf der ideologie kritischen Ebene diese materielle dimensionen hält meistens runter und das müsste man dann immer noch in der zusammenschau sehen wie ist sozusagen wie stehen sozusagen die objektiven interessen zu den subjektiven interessen artikulationen objektive interessen heißt allerdings nicht und da ist der große umschluss objektive interessen heißt nicht dass das sozusagen interessen sind denen politik auf alle fälle folgt im sinne von ja hinter dem rücken des der hinter dem rücken der akteure schieben diese interessen praktisch den olah scholz irgendwohin damit er irgendeine politik betreibt objektiven interessen heißt auf der anderen seite aber da diese objektiven interessen aus den reproduktionsbedingungen resultieren hat ein nicht folgen dieser interessen doch erhebliche rückwirkungen die kann man sozusagen einkalkulieren oder man kann sie sozusagen man kann sie kann sie ausblenden wenn man sie ausblendet hat man gegebenenfalls irgendwann ein problem weil das weiß ich es ist eben doch am schluss öl und gas woran die bundesdeutsche ökonomie hängt und am export von pkws die dann eben nicht mehr mit benzin fahren sondern mit mit strom und die autoindustrie ist ein zentraler wirtschaftszweig dann kann man versuchen die klein zu hacken oder so aber damit ja hat das erhebliche eisenauswirkungen auf arbeitsplätze wenn man zum beispiel sich anguckt ja gab man diesen spruch wenn in den usa fort hustet dann kriegt die droid entschnupfen und letztlich kann man das auch wenn man sich standorte von von autofirmen in der bundesrepublik anguckt dann weiß man auch also hier gerade wo ich jetzt bin die sind in wien ich bin hier in habichswald bei kassel daneben ist das vw werk in baunatal wenn dort vw anfängt zu husten oder so dann putzeln hier die immobilienpreise dann muss der metzger überlegen wie lange noch durchhält da ist jeder baumarkt in der krise also das ist vw ist an dem punkt mehr als vw vw ist sozusagen die die unterhaltung der ganzen region und das das macht sozusagen das objektive interesse aus was dahinter steht das heißt jetzt wiederum nicht das heißt nicht dass man sagen muss naja wenn das das objektive interesse ist dann muss man dem eben folgen und wenn die bundesdeutsche ökonomie eben vom export von verbrennungsmotoren abhängt dann muss man eben da muss man eben nur für verbrennungsmotoren exportieren wie es nicht mehr geht nein muss man natürlich nicht weil auf der anderen seite sieht man genau die probleme die damit verbunden werden und warum dann wiederum die bundeswehr ist man muss eben politisch allerdings vier steuern eingreifen und das geht aber das muss man sozusagen auch wollen und man muss es gegebenenfalls auch sagen ja und genau das ist ja auch ein zentraler punkt weil viele linke theorien fokussieren sich ebenso wie foco eher auf die sprachebene auf die ideologie kritik oder ideologie und das blendet aber eben die die materiellen strukturen aus die 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 reproduktion und so weiter der gesellschaft und beides ist aber wichtig zu erfassen ich finde es ist halt die frage was was war zuerst das ist so ein henneproblem oder was ist wichtiger zu gewichten und es ist halt sehr schwierig analytisch zu erfassen wie man mehr wert beim ist aber aber beides ist auf jeden fall wichtig in die rechnung mitzunehmen ich finde ein ansatz zum beispiel ist von ningai ling sum und bob jessop sie arbeiten mit gramsci und foco und ich finde da könnte man argumentieren sie bringen beide dimensionen relativ gut unter den hut aber die regulationstheorie könnte man meinen schafft es auch also es gibt ein paar ansätze die es versuchen aber ja genau auf jeden fall genau sehr sehr spannend die frage ist wie würde dann ideologie aussehen bei krippendorf wäre das dann nur ein quasi ein instrument für die durchsetzung oder legitimierung rechtfertigungsmittel zur durchsetzung der eigenen interessen oder blendet er das aus oder wie 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 sieht er zum beispiel sprache oder sprachliche formationen ja wenn man dann jetzt sozusagen in die in die arbeiten nach dieser politökonomischen phase mit staat und krieg eingeht und gerade auch die sachen über militärrituale da ist schon da ist ist schon artikulation interessen artikulation sprache relevant wobei er sich sozusagen das mag vielleicht auch ein weiß ich nicht wo was was das für ein problem eitler alt eitler alter männer oder weiß weiß nicht auch immer ist krippendorf hat sich und das hat mich gewundert dann auch als ich mich ein bisschen näher mit beschäftigt als krippendorf sozusagen diese sachen publizierte kamen auch die cox sachen das war so am anfang mitte der 80er jahre kamen die sachen von robert cox und auch diese ganze diskussion luxemburg kramschi war die zeit die wo das in der bundesrepublik gerade konjunktur hatte das hat bei das hat bei krippendorf sozusagen überhaupt nicht das hat er überhaupt nicht reflektiert obwohl er es eigentlich hätte kennen müssen wahrscheinlich auch kannte aber ich habe als irgendwas ich weiß gar nicht mehr das kam später mal ich glaube das hatten wir sogar in einem gespräch mal noch also als er noch lebten natürlich dass er diese ganz dass er diese ganze kramschianische geschichte eben und da wo da wo wird es dann lustig dass er diese ganze kramschianische diskussion sozusagen als viel zu sehr an an subjektiven interessen artikulationen orientiert abgestraft hat und er sozusagen auf den materialismus gepocht hat den er aber ja selbst wieder verlassen hat mit staat und krieg also da ist es dann ein bisschen seltsam weil er ja auch sozusagen das was er gefordert hat oder was ja was er gefordert hat mit seinem politikonomischen ansatz hat er selbst ja nie nie auch nicht nicht mal den ansatz ich kenne keine seiner arbeit nur das tatsächlich mal versucht hat umzusetzen ja und deshalb kam aber auch mit den kramschianer nicht klar das mag natürlich auch sein dass sozusagen ja wenn man dann schon irgendwie lange auf seiner c4 oder damals noch die vier stelle sitzt dann ist man einfach auch eitel und kennt oft nur noch nur noch seine eigenen werke und da ist es gar nicht der einzige gewesen der solche anmaßungen hofft vielleicht einen kleinen schwenk sie sind ja auch mitglied gewesen von der ag friedensforschung der friedensratschlag den den gibt es ja nicht mehr wirklich mit dem tod von peters trusinski zum beispiel ist ja ist ja die die ja ist quasi die bewegung im auflösen die website gibt es noch das ist ja auch ein ansatz der der relativ viele und werner ruf hat unter anderem auch viel dort publiziert und mitgewirkt genau also man könnte schon sagen kassel und und die bewegung rund um die ag friedensforschung das war auch ein teil der kritischen friedensbewegung ja 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 sicherlich der peter strutinski ja als der peter strutinski noch da war der im grunde diese 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 hauptsächlich eben diese website gemanagt hat und dann aber auch viel anderes gemacht hat aber die website war ja tatsächlich in jeder munde da hat der peter aber auch massenzeit daran investiert um das ding immer als aktuell zu halten ja da war kassel ob es das noch ist das muss man jetzt wahrscheinlich mal gucken gut da gab es ein paar aktuelle entwicklungen die nicht unbedingt was mit corona zu tun hatten wie die wo die vielleicht dahin führen zu sagen naja ob das noch mal wieder so weitergeht wie es vor corona aufgehört hat müssen wir mal sehen auf der anderen seite kam eben auch dieser corona käse dazwischen so dass man eigentlich nicht genau weiß wie das sein wird wenn mal wieder ein richtiger friedensratschlag möglich wäre ob er dann wieder stattfinden wird da haben sich allerdings sachen friedenswertlich getan die auch darauf hindeuten dass es sicherlich nicht mehr so einfach ist wie vorher ja da war kassel sicherlich an dem punkt ein ein bewegungs bewegungszentrum eben aber allerdings eher ein bewegungszentrum nicht ein bewegungszentrum mit wo auch friedensforscher die sozusagen in der bewegung wie soll man sagen friedensforscher die in der bewegung widerhall fanden auch gern aufgenommen wurden und auch die dort gern ihre positionen artikulieren konnten da müsste man könnte jetzt noch eine längere längere längeres längere längere ausführung darüber machen wie das verhältnis zwischen kritischer friedensforschung und friedensbewegung ist dann wäre jetzt meine position eine kritische friedensforschung ist nicht der verlängerte arm der bewegung sondern die kommt womöglich auf ergebnisse die gegebenenfalls auf der bewegung nicht besonders passen die geht man dann damit um aber das müssen wir jetzt nicht wie das jetzt weitergeht muss man sehen ja ich finde beides ist wichtig ja ich finde ich hatte zum beispiel ein sehr spannendes interview mit der kommunikationswissenschaftlerin und soziologin natasha kelly aus berlin und sie hat zum beispiel für sich selber die selbstbeschreibung getroffen sie ist akademische aktivistin also sie hat ihren phd sie unterrichtet und so weiter aber sie sie versucht trotzdem diesen normativen anspruch gerecht zu werden nämlich die welt zu verändern und ich finde ja auch marx hat gesagt es geht nicht darum eben das rad neu zu erfinden sondern basically was er damit sagen wollte ist wir müssen schon die dinge auch die materiellen verhältnisse gerechter machen und die welt somit verändern zum besseren und gerade die friedensforschung hat diesen normativen auftrag finde ich generell die politikwissenschaften wenn wir uns zurückerinnern in den 70er jahren ist ja institutionale also in österreich institutionalisiert in den 70er jahren im auftrag dass nie wieder zweiter weltkrieg nie wieder faschismus und dass wir aus den fehlern lernen und deswegen hat ja die politikwissenschaft an sich einen normativen auftrag und ich finde viele schämen sich oder viele streiten das ein bisschen ab oder distanzieren sich und wollen immer so tun als ob man objektiv ist und naja wir sind nicht normativ also ich finde also ich persönlich für mich zum beispiel ich sehe mich als aktivist der aber akademisch auch tätig ist also ich strebe mein phd an und so weiter aber trotzdem sehe ich meine arbeit als aktivismus als eine intervention in der welt wo ja ich bin gespannt wie sie das sehen also ja gut im moment bin ich also wenn man jetzt aktivist so bezeichnet dass man sozusagen bei jeder demo präsent ist und dort auch sozusagen seine position zum besten gibt dann da bin ich auch manchmal ein bisschen faul lieber zu hause wenn man sozusagen aktivismus auch so bezeichnet dass man sozusagen das was man erarbeitet hat in die politische diskussion dort einbringt wo sich die möglichkeiten bieten das einzubringen gegebenenfalls auch mal versucht eine möglichkeit aufzumachen aber auch nicht irgendwie permanent weil ich bin kann dann kein professioneller aktivist permanent unterwegs ist um seine weisheiten zu verkaufen und dann bin ich vielleicht auch aktivist ich habe mich so ein bisschen nein andersrum sicher geht es mir auch darum bestimmte herangehensweisen zu vermitteln ich merke das immer oder habe das immer gemerkt ich war jetzt länger nicht da und vielleicht in den nächsten jahren wieder immer noch privat dozent in osnabrück durch krankheit war ich das letzte semester nicht da ist es auch noch nicht klappen da habe ich dann immer gemerkt dass die studierenden oft sehr wenig kenntnisse über eher kritische ansätze haben und dann ist es natürlich mein anliegen ihnen diese ansätze auch näher zu bringen nicht im sinne von wenn ihr bei mir studiert dann müsst ihr das so und so machen sondern im sinne von hört euch das doch auch mal an so dass ihr dann entscheiden könnt ob ihr sozusagen eher einem problem solving ansatz also einem problemlösenden ansatz folgen wollt oder eher einem kritischen nicht nach der devise das finde ich allerdings oft zum weglaufen nach der devise wenn ich das machen will dann mache ich das eher mit diesem ansatz und wenn ich das machen will dann nehme ich mir eher diesen also da würde ich schon sagen nee halte mal damit du in sich sozusagen stringent klingst da kannst du nicht kannst du nicht nur weil es hier jetzt aus irgendwelchen gründen opportun ist mache ich eher militärkritik und weil es an der anderen seite eben opportun ist mache ich sozusagen rüstungslegitimation da würde ich sagen das klingt das klingt nicht doll das kann man natürlich auch machen kann ich auch niemanden für bestrafen wenn er das so macht muss allerdings mein teil dann denken wie ich diese person einzuschätzen habe bei dem anderen wäre ist mein punkt tatsächlich auch den studierenden oder eben schülern und schüler die ich im unterricht habe zu signalisieren welche anderen herangehensweisen es gibt auf welche probleme man dann stößt wo man sozusagen probleme verortet wo die vielleicht die verordnung vielleicht auch tiefer liegt als mit anderen herangehensweisen wo die lösung allerdings damit auch komplizierter ist und was dann sozusagen die welt daraus macht das obliegt nicht mehr unbedingt meinem 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 einfluss ich kann dazu noch mal ein pups sagen oder so aber ich habe sozusagen kein messianisches sendungsbewusstsein was glaube ich noch bei vielen ja diese aus der anfangsphase kamen oft vorhanden ist ja sozusagen ein messianisches sendungsbewusstsein im besitz der allgemeinen wahrheit zu sein ich würde letztlich sogar fast ich würde für mich sogar sagen es kann auch sein dass alles das was ich denke totaler quatsch ist nur solange mich davon keiner überzeugt würde ich davon nicht abgehen aber vielleicht liege auch ich falsch ein sehr guter ansatz ja finde ich sehr gut ja und ein ein beleg dafür vielleicht dass sie auch aktivistisch tätig sind wäre ja zum beispiel auch an diese erstellung des youtube kanals kritische trittsforschung wo sie ein interview geführt haben ein vierteiliges mit professor werner ruf also auch das könnte man als intervention bezeichnen und als irgendwie aktivismus weil per se ist es ja nicht akademisch aber es ist den leuten akademische stoffe quasi beibringen also ja ja genau ja das finde ich auch sehr wichtig ich finde das sollte man viel mehr tun weil eben gerade als akademiker hat man ja das privileg sich viel zeit zu nehmen bücher zu lesen sich dinge auch mal distanziert anschaut man ist ja auch nicht direkt involviert also wir als friedensforscher gott sei dank haben das privileg und und die sicherheit dass wir nicht jetzt in einer kriegshandlung aktiv beteiligt sind und sind keine opfer von kriegssituationen deswegen könnten wir ruhig distanziert und ohne große emotionen uns uns also nicht dass emotionen unwichtig sind ich möchte da gar keinen fall dass das irgendwie priorisieren was ich damit sagen will ist aber trotzdem können wir distanziert über dinge sprechen und dieses privileg haben wir also insofern genau ist es noch mal ganz das ist noch mal ganz wichtig gerade auch in dieser ukraine diskussion wo sozusagen immer wieder die frage sich jetzt stellt und das ist ja auch jetzt im werben der arbeitskreis kritische friedensforschung diese diskussion aber wenn denn jetzt die situation so ist dass russland nun diesen angriffskrieg begonnen hat und die ukraine irgendwie nur überleben kann wenn sie mit waffen beliefert wird also müssen wir doch jetzt eigentlich wenn wenn ja müssen wir doch eigentlich auch aus friedensforscher perspektive jetzt waffenlieferungen zustimmen sonst wird die ukraine kassierte von russland und wer das nicht macht der ist entweder idealist verbohrt oder er ist eben ein putin versteher oder sonstiges komisches ich möchte ich würde niemanden der waffenlieferungen für die ukraine fordert und schon gar keinen menschen aus der ukraine der sagt ich will waffen um mich verteidigen zu können würde ich nicht sagen du bist im unrecht du darfst das nicht aber ich als friedensforscher würde sagen ich bin nicht also ich habe ein paar kenntnisse über die vorgeschichte und wenn man sozusagen über jahre die karre in diese scheiße so rein gefahren hat und nicht darauf gehört hat dass auch friedensforschung immer mal wieder gesagt hat versucht russland einzubinden in eine europäische friedensforschung macht das ganze nicht gegen russland da immer mal wieder ja auf der einen seite zwar damit die chemie stimmt und vor allem das gas stimmt sozusagen eine politik da war die auf russland auf die russische position eingegangen ist auf der anderen seite aber immer wieder eine politik die eigentlich die russische position vernachlässigt hat wenn man das also sozusagen weiß dann kann man nicht sagen dass derjenige der das anführt jetzt auf einmal für waffenlieferungen sein soll da kann ich nur sagen ihr habt die karre in die scheiße gefahren also dann holt ihr sie bitte auch wieder raus ich muss sagen ich finde auch euren weg dort rauszuholen nicht nicht förderlich sagt sich ja im moment war weiß ja auch schon gar nicht mehr oder letzte woche war das man weiß ja jetzt schon gar nicht mehr sein andersrum ist im moment kann ist es für alle akteure glaube ich das beste wenn dieser krieg noch jahre dauert weil aus diesem krieg kommt keiner im moment mehr raus die westlichen staaten kommen nicht raus wenn russland gewinnt das darf es ja schon gar nicht aber was ist denn wenn russland nicht gewinnen also sprich russland verliert die ukraine sozusagen durch westliche waffenlieferungen permanent die position bekommt zu expandieren machen die in der machen die mit dem mit der krim schluss machen machen die im donbass amt an der russischen grenzeschluss wissen tut man gar nichts letzte woche irgendwie scholz sagte naja was die ukraine was die welche kriegsziele die ukraine hat obliegt der ukrainischen regierung da dachte ich ups ups du lieferst waffen irgendwo hin und sagst die ziele die die damit verfolgen obliegt ihnen also es gibt nicht mal die bedingung sozusagen wenigstens also wenigstens bei der krim muss schluss sein nein da muss ich sagen leute in diesem spiel bin ich doch nicht der depp der dann auch noch waffenlieferungen fordert dann müssen sie ihre scheiße eben für sich ausbaden ich habe sozusagen ich habe den luxus da können einige sagen ja luxus der sitzt mit seinem fetten arsch da irgendwo mitten in deutschland und labert schlau aber den luxus habe ich kann mir sozusagen auf dieser basis kritische gedanken machen diese gedanken in die diskussion ein werfen und ich habe zum glück nicht die vermeintliche verantwortung das handeln jetzt zu rechtfertigen nein ich darf es kritisieren ja vor allem kritisches denken setzt ja auch voraus dass man reflektiert warum macht man eine handlung warum ist jetzt gerade der main stream sei es medien sei es eben die diskussionen auch innerhalb der kritischen oder überhaupt innerhalb der friedensforschung warum warum ist jetzt gerade so ein sentiment von waffenlieferungen also basically ist es so dass das wir und das habe ich mit vielen kolleginnen auch schon besprochen dass es durchaus ein verengter diskurs ist verengt ihn in zweierlei hinsicht erstens mal medial rein quantitativ merkt man dominiert der diskurs um waffenlieferungen das kann man durchaus objektiv betrachten auf der anderen seite aber ist er verengt im emotionalen sinne dass wir auch die debatte sehr emotionalisiert betrachten und man spielt immer die karte naja die opfer und wenn wir nicht helfen habermas hat ja auch dazu sich geäußert und hat gesagt das ist eine moralische erpressung also wir können jetzt nicht in verantwortung gezogen werden und 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 basically die das resultat kann nicht sein wir müssen jetzt waffenlieferungen und damit indirekt oder direkt uns in einen krieg hinein manövrieren der ja auch droht zu eskalieren also es ist ja auch nicht so das sage ich auch in vielen interviews ich hoffe die zusagerinnen sind nicht schon müde das zu hören aber es ist wichtig wir haben ja keine empirische daten und keine gewisse gewissheit und sicherheit dass zum beispiel durch die waffenlieferungen der krieg früher beendet wird oder wir haben nicht die empirische gewissheit dass zum beispiel weniger menschen durch waffenlieferungen sterben werden ganz im gegenteil ich befürchte und ganz ehrlich da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem fenster aber ich befürchte und ich nehme an das ist eine prämisse dass mehr menschen sterben und dass der krieg in die länge gezogen wird und es gibt auch hinweise die darauf hindeuten dass eben auch der wie der usa verteidigungsminister leid austin mal gesagt hat und die ein beitrag habe ich letztens gelesen der foreign policy dass ein dass russland in die in die knie gezungen werden muss damit es nie wieder so einen krieg wie gegen ukraine führen kann ja aber wenn man es durchdenkt bedeutet das eine zerstörung der russischen armee aber das ist nur möglich über einen atomaren schlag also also diese szenarien und diese eskalations möglichkeiten will ich mir gar nicht durchdenken da wird mir schlecht aber dass das also und das muss man mir weismachen dass das nicht passiert dass es keine eskalationsgefahr ist dass da weniger menschen stellen und dann unterschreiben dann bin ich auch für waffenlieferungen würden sie dem auch zustimmen ja ja es gab vor man hat ja auch schon keine lust mehr diese tochter sich anzugucken das ist ja manchmal zum weglaufen teilweise wirklich zum weglaufen wo man dann denkt sind diese diese talkshow master jetzt eigentlich showmaster oder sind das ankläger ankläger und richter gleichzeitig ach ich weiß gar nicht ruhige gueno war da in irgendeinem interview im zbf bei lans und die sagte sozusagen und das passt wirklich dahin die einzige garantie dass weniger leute also wenn man wenn man will dass dort niemand mehr stirbt dann darf man keine waffen mehr liefern das hätte zur folge sicherlich dass die ukraine wahrscheinlich irgendwann überrollt würde höchstwahrscheinlich wenn aber die prämisse tatsächlich ist dass keiner mehr stirbt ist das sozusagen ein ein eine negative entwicklung die man gegebenenfalls in kauf nehmen muss gegenüber dass keiner mehr stirbt wenn man allerdings permanent waffen liefert dann ist es vollkommen klar dass immer mehr leute sterben und wenn sozusagen beide seiten dieser logik nicht entrinnen vielleicht geht irgendwann der ukrainischen seite mal irgendwann das personal aus das klingt jetzt ein bisschen doof aber russland ist einfach größer weiß man aber nicht ansonsten können die sich über jahre noch zerschießen und wirklich die letzte die letzte die letzte hütte noch abbrennen und den letzten letzten rentner noch 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 zerbomben da wird dann wird es kein ende geben und das wenn man wenn man das weiß dann kann man nicht sagen ich will dass niemand dass das sterben aufhört nein mit diesen waffen lieferungen sorgen wir erstmal dafür dass es weitergeht ja absolut ja sie sind ja auch ein experte für konflikt in der sachel zone sie haben ja lehrveranstaltungen darüber gehalten und genau viel darüber auch nachgedacht bevor wir vielleicht auf die sachel zone ganz kurz eingehen würde ich vielleicht noch abschließend damit wir das thema ukraine beenden vielleicht gibt es tendenzen in richtung einer multipolaren weltordnung also kann man hier ein also in inwiefern wenn man überhaupt das möchte dass man diesen krieg jetzt abgesehen von einer zum beispiel falls man von der prämisse ausgehen möchte putin ist ein böser mensch oder wenn man also abseits von diesen pathologien die wir durchaus medial festhalten man gleich man vergleicht ihn mit hitler und und so weiter also wenn man jetzt aus dieser argumentationsschiene weg möchte und einmal sich ein größeres bild machen will auch strukturell vielleicht auch politökonomisch ökonomisch nach krippendorf vielleicht am auf einer welt ebene könnte man hier von einer verschiebung die reden oder oder welche tendenzen sehen wir auch in bezug dessen dass zum beispiel china und indien also zwei staaten die die mehr als eine milliarde menschen haben sich auch entzogen ihre stimme entzogen haben und russland nicht verurteilt haben beim UN sicherheitsrat also ja wie wie kann man das geopolitisch betrachten diesen konflikt was passiert hier gerade also ich habe mit geopolitik und dieser ganzen geopolitischen realismus sprache immer so meine schwierigkeiten das ist auch so ein bisschen kritik die ich oft an linken positionen habe dass ich sage was ihr macht ist im grunde realismus von links das was die einen sozusagen legitimieren das kritisiert ihr mit derselben begrifflichkeit nur sind die beim legitimieren eben einfach besser also da hilft die begrifflichkeit meistens nicht so dass ich nicht so richtig weiß was so so begriffe wie multipolarität macht auch finde ich mit macht habe ich macht habe ich massiv probleme mit diesem begriff weil er irgendwie so ein so ein pudding ist also wenn man den weberschen macht begriff nimmt macht ist jede chance dem willen einem anderen aufzuzwingen so sinngemäß egal worauf die chance beruht dann sage ich ja klingt gut sagt mir jetzt weiß ich aber auch erst hinterher ob der macht der eine macht hatte oder der andere keine macht hatte weil erst hinterher weiß ich ob er nun den willen aufgezwungen hat oder nicht also von daher mit diesen ganzen bezüglichkeiten habe ich meine probleme damit auch mit dem begriff der multipolarität mal ist auch wieder gerade mit dem polen ist es ja auch und das ist politik ja immer noch viel schwieriger wenn politik sich begriffe aus anderen disziplinen entleiht dann muss man immer schon muss man immer schon halt gucken was was hängt da jetzt dran an dieser ganzen begriffskonstruktion gut also wie gesagt das sind meine großen schwierigkeiten man kann denke ich so ein paar sachen so ein paar sachen kann man im moment konstatieren und dann überlegen welche 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 auswirkungen könnten die haben und da ist es denke ich de facto so die usa sind der staat die einfach über das über das größte und vermeintlich effektivste militär verfügt also wenn ich mir diese flugzeugträger gruppen angucke ich frage mich immer warum schafft das wahrscheinlich schafft das auch nicht warum schafft der iran nicht mal ein so ein ding im persigen golf zu versenken nein die dinger sind die werden ja das ist ja wirklich das steckt ja milliarden geld also das ist ja nicht nur der flugzeugträger mit seinem flugzeugten der dann in weite welt fliegen kann um irgendwo bomben abzuwerfen da ist die ganze trägergruppe die drum herum schippert und eben dafür sorgt dass das ding nicht versenkt wird das heißt also praktisch die usa können an jedem ort der welt problemlos einen kleineren krieg führen und wenn sie ein paar tage zeit haben können sie an diesem ort auch einen größeren krieg führen dazu ist kein anderer staat im moment in der lage china nicht russland nicht frankreich großbritannien auch nicht vielleicht ein bisschen im seil da kommen wir vielleicht gerne mal zurück dazu ist keiner in der lage man sieht dass china im moment massiv auch das militär ausbaut und da fängt schon das problem an diejenigen die mit der mit die sozusagen die us-politik beobachten interpretieren das sozusagen als den als den zu den kommenden militärischen wettstreit zwischen china und der usa es gibt ein paar wenige stimmen die sagen die chinesische china hat bisher noch nie eine imperiale macht politik betrieben und was china im moment macht ist sozusagen eher eine sicherung des territoriums und der grenzen und vielleicht noch von verbindungs wegen ist aber weit davon entfernt einer globalen power projection wie der usa man kann allerdings das ganze auch realistisch lesen wie im ersten sinne da bin ich mir schon bei mir nicht nicht sicher welche lesart hier die adäquate ist und je nachdem welche die adäquate ist resultieren ja ganz andere sachen daraus also zum beispiel dieses schippern mit diesen bundesdeutschen fregatten dingen was da letztes jahr mal durch die chinesische meer geschippert ist um auch zu zeigen die bundesrepublik ist auch noch da das passierte doch dann im wesentlichen auf der interpretation china versucht eine neue macht politik sonst hätte man das nicht gebraucht also da da fängt es schon an zu überlegen mit diesen begrifflichkeiten umzugehen und zu gucken multipolarität man kann sicherlich feststellen dass es wir wissen vorhin gesehen oder gehört habe ich gesagt die usa sind der einzige staat der im globalen im globalen maßstab überall einen kleinen krieg und nach ein paar tagen auch einen großen krieg führen kann aber sie sind nicht nicht die usa bestimmen nicht jeden zentimeter der weltpolitik und bei den zentimetern zentimeter ist dann bestimmt auch schon wieder ein blöder begriff aus der nicht politik wissenschaftlichen sprache aber es gibt in diesem in der weltpolitik auch handlungsmöglichkeiten für andere und daraus resultiert das was einige jetzt als multipolarität interpretieren wobei der begriff ja auch er ist glaube ich eher geeignet ein problem zu verschleiern als er das problem klärt weil sobald ich anfange zu fragen wer sind denn jetzt die pole da ist es im grunde schon also da gibt eine ganze spannende breite auf china russland klar die tricks staaten und dazu die eu ja die eu alleine oder zusammen oder vielleicht auch noch deutschland frankreich separat und großbritannien ist ja jetzt nicht mehr eu gesagt dann wappelt das schon und dann wenn wir sagen multipolarität bestimmt das sind alle knapp 200 staaten der welt ja gut dann ist es wahrscheinlich multipolarität aber ansonsten finde ich den begriff klärt er für mich nicht so gut ja kann ich auf jeden fall nachvollziehen ja dann vielleicht zum abschluss sie sind ja ein experte für die sache zone genau sache zone liegt in afrika quasi ist er im norden dort wo die sahara ist also eine trockene eine heiße gegend genau auch umfasst maghreb wir wissen ja arabischer frühling oder winter je nachdem wie man das bezeichnen möchte und so weiter also dort gibt es viele konflikte und genau auch teilweise us interventionen teilweise genau bürgerkriege oder bürgerkriegs ähnliche zustände genau vielleicht einmal zu beginn wer wer sind die zentralen akteure und was sind die interessen und wer kämpft gegen wen und genau vielleicht einmal also ein überblick ich weiß das ist eine riesen frage darüber könnte man wahrscheinlich ein semester reden aber genau da kann man sicherlich mindestens ein semester reden und noch mal so lange wie eben okay machen wir es vielleicht mal ich träume es mal von dem von dem her auf wo ich vorhin angefangen habe da wird vielleicht manches verloren das kann man gegebenenfalls hinterher noch klären macht aber vielleicht die linie deutlicher was ich mit der seilzone zu tun habe wie gesagt ich bin drangekommen an die seil ich habe diesen diesen krippendorf artikel geschrieben denn der friedenswarte erschienen ist und habe parallel gab es einen aufruf für eine tagung war ich habe jetzt den titel muss ich nachgucken nicht mehr im kopf und da ging es mir darum zu da konnte man paper einreichen und ich habe gesagt dann gucke ich mir doch mal an was auf was passiert denn die der bundeswehreinsatz bundeswehreinsatz in mali diese beiden sachen liefen dann parallel beziehungsweise erst so an dass meine beispiele in dem krippendorf papier immer sich auf mali bezogen und irgendwann diese beispiele mindestens genauso viel material waren wie die sachen über krippendorf und sich herausstellte so viele zeichen habe ich aber leider gar nicht zur verfügung und ich sollte doch mehr beim bei der theorie bleiben also flog mali da wieder raus und flog sozusagen in den anderen text rein also ausgangsfrage ist was macht denn die bundeswehr da in mali vorhin skizziert sie ist eigentlich nicht da weil sie dort deutsche interessen verteidigt also zumindest keine objektiven interessen weil die gibt es nicht vielleicht subjektive interessen im sinne von kooperation mit frankreich so und war was so und ja und dann habe ich vorher noch gesagt und frankreich hat dort allerdings objektive interessen und jetzt fangen die probleme an frankreich hat einerseits das uran aus niger das ist für frankreich wichtig weil die französischen atomkraftwerke wo frankreich ja wir wissen ja frankreich produziert noch relativ viel strom mit atomkraft die brauchen brennstäbe da ist niger wichtig frankreich hat atomwaffen will das ganze alles sehr autonom handhaben also braucht es braucht es auch das uran für die atomwaffen also da ist niger wichtig es endet aber es fängt ja sozusagen an in niger und bei den uranminen hört aber da lange nicht auf es gibt diese ehemaligen französischen kolonien die vereinigt sind über den dfa-fonds also der währung in den ländern vielen ländern der seilzone die an früher an den französischen vorgekoppelt war jetzt an den euro gekoppelt ist wo die länder teilweise um die währung abzusichern eine bestimmte summe ich habe die summe jetzt nicht im kopf es sind aber nicht nur 2,50 sondern schon drei milliarden in frankreich abliefern müssen nicht etwa bei der französischen zentralbank sondern beim französischen wirtschaftsministerium worauf frankreich hin sozusagen sich mit dieser summe im rückhalt also müssen das abliefern um den cfa-fonds abzusichern und frankreich kann aber sozusagen mit auf der basis dieser summe kredite zum beispiel um eigene haushaltsdefizit zu eigener haushaltsdefizit auszugleichen kann frankreich kredite aufnehmen weil es kreditwürdiger wird weil ihr geld dort abliefern muss es gibt eine ganze ganze reihe von französischen firmen die in der seilregion präsent sind das sind baufirmen das sind supermärkte das schmeckt mir war noch mal da urlaubsrundreise oder so das schmeckt da auch gut hat aber lecker geschmeckt aber es sind als französische firmen als europäer sagt man dann wahrscheinlich schmeckt gut weil das ist ja schon fast europäisch es sind ja baufirmen supermärkte hotelketten es sind auch viele franzosen weil das ja französisch sprachige region ist die dort hotels betreiben oder geschäftsführen da gibt es so dann gab es das ist aber moment in auflösung muss man mal gucken was sich da entwickelt ist die ganze ganze transportinfrastruktur wirklich vom hafen bis 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 zur markthalle tief im hinterland gab es eine französische firma die dort präsent war die frankreich hat habe ich irgendwo gelesen ich hoffe wenn es vielleicht ist es falsch dann muss sich irgendjemand verbessern frankreich eine französische firma hat zum beispiel vom im senegal gibt es einen neuen flughafen der alte war mitten in der stadt der neue liegt schon ein ganzes stückchen außerhalb eine stunde so ungefähr gefahren also ganz schleif außerhalb frank eine französische firma hat die die zubringer autobahn vom flughafen in die innenstadt gebaut es gibt die autobahn und es gibt eine normale straße der normal mensch nimmt natürlich die normale straße weil die autobahn in frankreich wir kennen das ja auch wie bei uns dass man mit 240 über die autobahn fahren kann und nirgendwo ist ein häuschen nein sagen wir mal ein häuschen da muss man bezahlen und 240 geht auch nicht was von beiden jetzt besser oder schlechter ist lassen wir mal ihn angestellt also dort gibt es muss man natürlich bezahlen für diese autobahn und diese firma hat sich so wie ich das gelesen habe im grunde die die haben nicht nur die straße gebaut sondern wir haben auch das recht über den nächsten x jahre dort die einnahmen zu passieren also damit der senegalese staat hat davon nichts außer dass er die straße hat allerdings die wahrscheinlich auch noch für die senegalese genutzen wollen müssen auch bezahlen also frankreich hat dort massive interessen und damit und wenn man jetzt spricht sozusagen von einer französischen militärintervention in einem seilstaat dann fragt man sich wieso intervention die sind doch schon da also in allermeisten seilstaaten ist größeren oder kleineren maßen und französisches militär stationiert und hat auch über die geschichte her immer wieder eingegriffen in die politischen verhältnisse wenn sie wenn die wenn die französische regierung meinten was da jetzt gerade passiert das passt ihnen nicht so gut einer der letzten der letzten der letzten oder oder wenn es passt dann hat man eben nicht eingegriffen also einer der letzten sachen zum beispiel die dann wieder gerade üblich der frage interessant sind es gab diesen wo war denn das jetzt war das jetzt im liga oder war das im chat ich vergesse immer wo war denn der naja es gab sozusagen den einen militärputsch da fasste frankreich der putschende general oder militär und dann hat man gesagt naja gut der macht das schon stabil und dann gab es den anderen militärputsch in mali und das waren dann die bösen die haben auch noch mit russland kooperiert das war ganz ganz böse da sagt man die müssen jetzt unbedingt wieder zur demokratie zurückkehrt also frankreich hat dort eine sehr eigene eine sehr eigene politik was dazu führt dass eliten an der herrschaft gelassen werden oder an der herrschaft kommen und an der herrschaft bleiben die bei den normalbürgern menschen der region nicht auf nicht unbedingt auf gegenliebe stoßen weil sie eben auch kaum für entwicklung sorgen weil sie ja weil sie kaum für entwicklung sorgen kaum für perspektive sorgen und da sind wir jetzt beim arabischen frühling ein bisschen angekommen nicht ein problem das aber eine eine ein kern des arabischen frühlings war ja an vielen staaten eine junge relativ gut ausgebildete aber perspektivlose bevölkerung die sozusagen sich nicht mehr mit den alten verhältnissen von unterdrückung abgefunden hat sondern die wissen wissen auch durch studium und auseinandersetzung mit dem was in anderen ländern so passiert dass es andere möglichkeiten gibt und da ist dann sozusagen die lunte die lunte explodiert und diese junge bevölkerung hat versucht gegen die alten gegen das alte system aufzustehen und das ist im grunde im dahel an vielen punkten nicht an allen da gab es ja schon 2011 als der arabische frühling war die diskussion ist sowas auch in super afrika möglich da kommen wir gleich dazu dass das ein bisschen schwieriger ist ja aber dennoch große perspektivlosigkeit und dazu kommt dann jetzt das was wir sozusagen als immer mal wieder als islamistischen terror wahrnehmen wo man feststellt naja im grunde was sind denn das für gruppen die haben schon immer die haben über die letzten 100 jahre haben die dort menschen menschen waffen drogen was ist denn das vierte menschen waffen drogen es gibt noch einen dritten vierten schmuggel schmuggel menschen waffen drogen schutzgelderpressung wahrscheinlich menschen schmuggel das ist die migration durch die sahara waffen schmuggel drogen schmuggel inklusive zigaretten und allem anderen da wurden ja auch schon riesige flugzeuge in der wüste gefunden die ordentlich für drogen schmuggel unterwegs waren und eben schutzgelderpressung irgendwelche reichenweisen touristen in der sahara abzugreifen gegen relativ viel geld wieder freizulassen das ist im grunde vorher haben die waren durch die sahara geschippert mit ihren kamelen oder pferden das sind die alten trans sahara handelsrouten die im grunde auf diesen wegen wieder benutzt werden weil sie für anderes also für salz oder so brauchen die jetzt nicht mehr also dann nennt man eben menschen waffen drogen waffen drogen menschen war auch schon immer der fall bevor dort islamistische gruppen fuß gefasst haben islamistische gruppen unter anderem in der anfangs phase relativ stark gefördert von einem unserer lieblings verbündeten nämlich saudi arabien die das dort dann eben für moscheen gebaut hat prediger schulen eingerichtet hat so und jetzt gehen wir wissen es gab diesen handel zwischen nach trans sahara handel menschen waffen drogen jetzt kommt der islamistische fundamentalismus daher der nutzer sozusagen auf diese strukturen oben drauf setzt diese strukturen auch weiter nutzt um sich selbst zu finanzieren damit auch dem eigenen handel sozusagen eine neue legitimation gibt also man ist jetzt nicht mehr der waffen handel sind es rein im profits wegen sondern im namen des herren der wird damit auch nicht besser aber gruppen können sich somit legitimieren die perspektivlosen die perspektivlose jugend bekommt so eine möglichkeit zu arbeiten also was bei sich autos zu fahren eben die drogen und den ganzen kram durch die wüste zu schippern und da kommen wir jetzt oder da kommt jetzt frankreich hin und das und das sind alles terroristen und die müssen wir militärisch verfolgen würde doch vielleicht unter einer sagen weißt du was ich wäre vielleicht gar nicht so schlecht in eine perspektive zu geben die sie von menschenwaffen drogen wegführt damit könnte man a diesen diesen ja die gefahr des terrorismus dort eindämmen und b damit auch womöglich die migration eindämmen weil ich schon die leute tatsächlich die chance haben in ihrem in ihrer heimat was zu erreichen dafür müsste man aber allerdings an strukturen ganz viel ändern ja da gibt es immer wieder versuche da fragt man sich was ist da an strukturen geändert also die ganze diese migrationspartnerschaft mit nicht wer könnte man eher sagen also da kurze skizzierungen niger bekommt eben massenweise geld zur ausrüstung von militär und polizei und grenzschutz damit eben keine migrationsströme mehr durch niger weil niger und agadez als zentraler umschlagplatz für menschen migrationsbewegungen aus afrika nach europa das wird alles dicht gemacht das denkt man sich wunderbar gute idee wenn man ein bisschen näher reinguckt sieht man schlechte idee die die bisher die migranten durch die wüste gefahren haben die haben jetzt keine arbeit mehr wenn die länger keine arbeit haben suchen sie sich womöglich einen anderen job dann fahren sie vielleicht lieber jihadisten durch die wüste wollten wir jetzt nicht eigentlich man stellt auch fest die migrationsbewegung versandet im wahrsten sinne des wortes weil es wird der schmuggel der menschenschmuggel hört nicht auf aber dadurch dass er jetzt illegalisiert ist dass es unter strafe steht dort menschen zu schmuggeln werden menschen ausgesetzt in der wüste da gibt es auch in youtube muss man mal gucken ein filmchen dass man sich angucken kann und zeigt dass du zeigt dass die migrationspolitik dafür sorgt dass eben wenn die wenn die wenn die wenn die die menschenschmuggler feststellen da ist eine militärkontrolle dann lassen die 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 migranten irgendwo in der wüste raus und vielleicht holen sie wieder ab vielleicht aber auch nicht und da gab es oft ja oft haben sie eben nicht abgeholt dann sind eben irgendwo läufig und tot aber nicht so gut ist sich dazu orientieren also das ist sozusagen das resultat der westlichen politik im seil ja nur um uns das ein bisschen bildlicher vorzustellen vielleicht eine analogie stellen wir uns mal vor russische militär militär oder soldaten oder auch militärbasen also sind in osnabrück oder in wien stationiert dauerhaft also so ähnlich könnte man doch die französische präsenz in was sie sich im senegal mali wo auch immer uns vorstellen oder was wäre ein äquivalent also wie können wir als europäer uns vorstellen und und werden die als fremde wahrgenommen oder als unterstützer als helfer also weil mir kommt das irgendwie befremdlich vor dass ein fremdes land quasi offiziere ausbildet also nicht nur also unterstützend wirkt sondern tatsächlich auch militärisch präsent ist also das kommt mir komisch war also ich glaube das können wir uns gar nicht vorstellen weil wir uns kolonialismus nicht vorstellen können wir können nicht wir können uns nicht vorstellen was unsere weißen vorfahren aus europa vor 200 300 400 jahren in afrika gemacht haben wie viel millionen dort sozusagen in die neue welt verschifft oder auf dem wege des verstiffen im meer versunken sind was kolonialismus mit der belgische ist ja immer noch war jetzt ja auch wieder in der diskussion der belgische kolonialismus im kongo wo der kongo privat besitzt des königs war der war nicht besitzt des staates der war besitzt des königs wo leuten massenleuten weil sie nicht arbeiten wollten die hände und sonst was abgehackt wurde wie diese strukturen auch dann sozusagen die die einheimischen herrschaftsverhältnisse geprägt haben wie sie sozusagen auch diese elite die wir jetzt wobei mit denen wir jetzt unser problem haben die wir aber über jahre eben genauso herausgebildet haben und dafür gesorgt haben dass die eben ihre schweizer nummern konnten auch gut behalten können wenn sie politik betreiben die im europäischen interesse ist also ich glaube wir können es gibt ich wüsste jetzt keine analogie wie das wäre wie kolonialismus wäre wenn man sich denn anders vorstellen würde vielleicht wäre es so weil zumal ist ja vielleicht das noch dazu im moment ist es ja so dass das in in mali zieht ja zumindest heißt es das mal weiß es nicht so genau in mali ziehen die französischen tropen absolut auf alle fälle vollständig ab die bundesrepublikanischen bleiben im rahmen der runo mission französischen ziehen vollständig ab mit der begründung dass mali eben mit mit russland kooperiert weil in mali sowohl russische ausbilder mali hat auch ein paar rüstungsgüter aus russland gekauft man muss an jedem an jedem schraubenzieher der irgendwie grün angemalt gekauft wurde muss man ausgebildet werden manche schaffen das per youtube video aber gut mali hat rüstungsgüter in russland gekauft da sind wohl ausbilder da und sind wohl sind wohl nicht wenige russische söldner dieser wagner gruppe in mali präsent und was man aus mali hört ich habe so einen kontakt aber das ist ja immer so das problem wenn man sozusagen direkten kontakt hat ist das auch nur eine eine stimme aber was man so hört und teilweise auch lesen kann die französischen truppen sind nicht mehr geliebt sind eigentlich eher verhasst die bundesdeutschen werden noch akzeptiert die russischen truppen sind im moment eher ja verfreut sich dass die da sind und frankreich ablösen ich befürchte das gibt ein böses erwachen weil es sind ja auch keine russischen heiligen sind im russischen militärs und ob jetzt jemand mit einer was weiß ich die kugel ist vielleicht andere farbe von welcher kugel jemand stirbt ist erstmal wurscht ich glaube da gibt es noch ein böses erwachen ja frankreich ist nicht mehr so geliebt ich weiß nicht wie man sich das vorstellen könnte vielleicht müsste man sich das eher vorstellen das mag jetzt nicht wir können uns ja mal vorstellen wir wissen ja vielleicht es gab mal dieses malireich das war so irgendwo um tausend rum was da unsere Zeit Richtung tausend war und da war der der König der war so reich der machte dann seine Fahrt nach Mekka und so und hinterließ überall Gold also der konnte richtig viel Geld ausgeben gehen wir mal davon aus der wäre vielleicht nach Europa gekommen und hätte dann ein paar Soldaten hier in Osnabrück oder in Nordhessen und auch in Wien stationiert und gesagt ihr seid jetzt meine Kolonie und dann wäre er wieder abgezogen hätte seine Soldaten dagelassen und hätte halt geguckt was kann man aus dieser Kolonie so alles rausziehen das wäre vielleicht die Parallele ja schrecklich auch faszinierend und das haben ja auch viele Wissenschaftlerinnen betont vor allem eben dekoloniale oder postkoloniale Theoretikerinnen haben betont dass es ja noch immer solche Abhängigkeitsverhältnisse gibt und Ausbeutungsverhältnisse und dass der Kolonialismus sei es epistemisch sei es auf sprachlichen Ebenen aber sei es auch materialistisch ökonomisch noch immer existiert und eben wir haben ja Dieter Senker es schon erwähnt auch er mit der Dependenztheorie hat er auch schon erwähnt dass es einen ungleichen Tausch gibt also es ist ja nicht so dass die guten altruistischen Franzosen jetzt mit ihren großen Konzernen dorthin gehen und Brücken bauen Häfen bauen Flughäfen bauen Infrastruktur große Straßenprojekte und so aus reinem Altruismus also weil aus liberaler Argumentationsweise ich habe meine Masterarbeit geschrieben über die UN-Konferenz der Trade and Development und dort gab es ja ganz verschiedene Forderungen der G77-Staaten und die haben sich natürlich nicht realisieren lassen weil eben die Industriestaaten ihre eigenen Interessen beschützen wollten so einfach ist das und da ist mir auch schon aufgefallen dass es immer gekoppelt war an Strukturanpassungsprogramme an gewissen eben so wie Dependenztheoretiker sagen es ist ein ungleicher Tausch also das muss man auch betonen also ja und mit dem einerseits dem CFA-Front wo man sich dann fragt was heißt denn hier postkolonial das ist immer noch Kolonialismus man kann ja auch nochmal in die Welt gucken und guckt mal an solche Orte wie Durm das sind Territorien für die betreibt die USA die Außenpolitik die wählen aber nicht den US-Präsidenten also es gibt so ein paar Territorien also gerade auch die die US-amerikanischen Virgin Islands früher niederländischen Virgin Islands die gehören den USA die wählen da zwar ihren Bürgermeister oder so aber die wählen nicht den US-Präsidenten aber die USA betreiben für diese Gegenden die Außenpolitik ja wenn das kein Kolonialismus ist also da brauche ich keinen Kost da ist da ist Brä mittendrin wir sind mittendrin mittendrin schrecklich schrecklich wir vergessen das oftmals ist ja auch nicht im Hauptamtprogramm also ist ja nicht präsent ja ich habe keine weiteren Fragen es bleibt mir für dieses sehr angenehme und sehr lehrreiche Gespräch zu danken und ich bin sehr froh mit Ihnen über sehr spannende Themen gesprochen zu haben ja vielen Dank ich fand das auch sehr interessant ja mal gucken was kommt und ich bin sehr froh Vielen Dank.